so hier ist so eine art unboxing am anfang natürlich ja das wird man beim zweiten mal nicht sehen grundsätzlich besteht das spiel was wir hier spielen aus zwei teilen wir bauen einmal den millennium falken von lego ohne 5s also wir sostieren nix wir systematisieren auch nix wir säubern nix wir standardisieren nix und wir verbessern auch nix einfach der ganz normale prozess wie er so ist als kind macht man die box auf und dann geht's los hat die sache ist geeignet für kinder ab sechs jahren also auch für mich einzige hilfsmittel was man hat ist die anweisung wie man das ganze montiert also es gibt eine montage anweisung in ziemlich vielen schritten 29 sind es am ende glaube ich und mehr hat man nicht also danach hangelt man sich durch die geschichte durch und ihr seht jetzt habe ich den zeitraffer an weil das ganze live natürlich ein bisschen länger dauert und das wird dann irgendwann langweilig für den zuschauer zumindestens für das macht nicht also du hast die ganze zeit eigentlich stress weil nix so ist wie du das erwartest also es gibt ja wie man sieht zwei tüten und da hätte ich jetzt gedacht wenigstens dass erst tüte 1 verarbeitet wird an material und dann tüte 2 aber das ist alles nicht also das ist bunt gemischt sehr schön wunderbar und man muss dann halt suchen insofern sucht man sich die steine zusammen und arbeitet dann halt die montage anweisung ab ja beispiele für 5s vielleicht noch mal ist ein bisschen abstrakt immer aber grundsätzlich kennen wir das glaube ich schon in regal systemen zum beispiel da benutzen wir natürlich 5s oder eben auch in der industrie auf der arbeit also da begegnet uns da ständig im computer zum beispiel hat man ein ablagesystem also im idealfall benutzt man da 5s oder wahlweise ist die ganze festplatte zugemüllt das wäre eigentlich auch mal eine ganz interessante geschichte über die man video machen kann wie viel schrott man eigentlich auf der festplatte hat aber hier geht es ja jetzt um die spielerische erfahrung was bringt mir eigentlich 5s was bringt mir ordnung und sauberkeit bringt es mir überhaupt was ich wusste es vorher natürlich nicht also das ist alles live so zusammengeschnitten natürlich jetzt aber ich habe das nicht vorher probiert oder irgendwas ich habe ganz normal diese figur zusammengesetzt und den millennium falcon und jetzt schaue ich mal was dabei rauskommt bei den ganzen es nimmt schon gestalt an das ist sehr schön und wir stellen jetzt fest das ganze hat gedauert über 23 minuten und es bleiben steine übrig ja das ist häufig so da leben wir jetzt erst mal mit also gut 23 40 schreiben wir mal auf 23 minuten 40 sekunden so lange hat die montage jetzt gedauert ohne 5s jetzt kommt genau dasselbe nochmal nur mit 5s also wir bauen wieder den millennium falcon wir bauen wieder das kleine männchen nehmen genau dieselbe anweisung dafür die montage anweisung alles wie gehabt die steine wie gehabt wo eben mit 5s also es geht los mit dem kleinen männchen dann 1 2 3 4 5 bis 29 sind die arbeitsschritte und alles was ich jetzt gemacht habe ist dass ich das material den arbeitsschritten gemäß bereitgestellt habe also ausgesprochen simpel schritt eins ist kästchen eins schritt zwei ist kästchen zwei und so weiter was ihr da seht ist auch noch ein roter kreis wofür ist das ja wir haben im ersten durchgang ja gemerkt dass mehr steine vorhanden sind mehr bausteine als ich brauche das ist falsch also habe ich diese steine gesperrt als qs sozusagen und habe die in den roten kreis getan das heißt die nämlich nicht noch mal in die hand ja die erfahrung bei dem ganzen ist gewesen dass das deutlich entspannter von der hand gegangen ist also je strukturierter es ist desto entspannter ist das arbeiten und ich werde schneller dabei ja wir haben ja im ersten durchgang gemessen 23 40 steht er ja noch auf dem zettel also 23 minuten und 40 sekunden hat die gesamt montage des millennium falken gedauert und jetzt im zweiten durchgang sind das 16 minuten 15 das jetzt ins verhältnis setzt dann kann man sagen ein drittel schneller durch fünf s oder 31 prozent also eine gewaltige produktivitätssteigerung nur dadurch dass man das material verfügt vernünftig zur verfügung stellt ja am ende wie immer ein dankeschön an alle fürs zugucken ihr dürft gerne like da lassen den kanal kann man abonnieren ich empfehle das und wir sehen uns dann beim nächsten video tschüss ja das ja 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 Vielen Dank.